Wieso heißen deine alle Sparco? Ja, warum nicht? Oh, das klingt so geil. Hup! Hup! Ja, oh. Ja, ist ja gut gelaufen. Vielleicht war es auch in der Schule. Da hab ich ein Zebra an die Tafel gemalt. Ja, ich liebe Zefraus. Ja, Zefraus, ich liebe Zefraus. Das war so ein richtig sinnloser Dialog, ey. Für die Fallen. Für die Fallen. Ja, Zefraus, ich liebe Zefraus. Ich liebe Zefraus. Ja, stimmt eigentlich. Ja, ja. Ja. Oh, hoppla. Oh, was? Ich wollte mich eigentlich da reinballern. Damn. Jetzt hast du ihm das Auge weggesprengt. Wow. Oh, was will ich überhaupt machen? Äh. Ne, das ist falsch. Oh, okay. Toll. So, ich bin erst mal wieder weg, ey. Wow. Ich glaube. Oh, du kommst da tatsächlich wieder weg. Wow. Wow. Ja, wickel dich nochmal da rum. Ja, ich wollte eigentlich, äh. Krass, du hast das sogar geschafft. Ist etwas wirklich da, nur weil wir es sehen. Oh, willst du mich umbringen? Ich darf über sowas nicht nachdenken. Oh, das platzt mein Gehirn. Kriege ich dir noch irgendwie da weggerettet. Wow. Das hat es nicht gegeben. Wow. Das finde ich nicht gut. Ja, stell dich direkt hinter das Explosionsfass. Wow. 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 Das waren sechs oder so. So, jetzt mach ich dann so. Ich bin der Oda. Ja. Aber wie machst du das? So nicht. Ich dachte, das wäre noch da, aber ne, das ist ja gar nicht mehr da. Ne, das meiste ist irgendwie schon weg. Oh ja, Kuchen. Oh ja, ich spiel mein Gesicht mit Scheiße. Hoppla. Ja. Ne. Wahrscheinlich fällt es an. Ja. Richtig. Ja, genau das. So. Ja, das ist voll unlogisch. Wieso bist du da? Weißt du, hier hat's mir die Lücke, ey. Ja, so macht man das. Wow. Wow. Mein Schwein ist klein und ich bin fein, mein Schwein ist ein Schwein. Wow. Guck mal, in der anderen Hand hat er zwei Kirschen. Ja, und balanciert drei Orangen auf dem Arm. Und ich mach, ich mach, ich mach zum Blätter unter der Achse. Ja. Wieso hast du denn nicht tot? Ja, den bin ich tot. Was? Wo steht denn der da? Ja. Da ist gar nichts mehr. Das ist voll unlogisch. Das ist voll unlogisch. Das ist gar nichts. Ja, denn... Was soll denn das? Ha. Das war nicht mehr witzig eigentlich. Nee. Eigentlich kein Witz mehr. Ich mach den hier. Du kannst gehen, aber deine Schuhe bleiben hier. Nein! Nicht meine Schuhe! Nein, nicht meine Oma! Ja, deine Oma. Nein! Meine Oma! Naja, jetzt fetzelt viel weg. Ja! Ja, natürlich fetzelt viel weg. Jetzt stirbt er auch noch. Ach, nö! Jawoll! Du hast immerhin faires Unentschieden. Das ist doch Bullshit, ey. Wieso kommt denn da noch Feuer runter? Oh. Da war ja noch gut, ey. Verdammt. Wow. Das war deiner. Echt? Ja. Oh shit, stimmt. Verdammt, ey. Warum wir weinen? Weiß ich nicht. Oh, ich will doch... Ach, scheiße. Ja, dann... gehe ich halt hier hin. Nein! Fuck! Das war auch nicht meine Schuld. Ich hab's, äh... Oh, hoppla. Wow! Ja, das war halt deine Schuld. So, pass auf. Und dann gehe ich jetzt nämlich so hier hin. Hast du gut gemacht. Ach, verdammt! Was ist denn hier los? Das ist schon der dritte Wurm, den ich irgendwie verliere. ...demliche Weise. Oh. Ja, jetzt sowieso nicht mehr. Jules, häng dich doch mal daran. Ach, Mann! Ne. So. Genau durch die Lücke. Ja. Ja. Links ist Voldemort und der hat keine Nase. Ja, aber er hat keine Nase. Ja. So, jetzt am besten keine Mayonnaise in meine Tastatur kleckern. Doch, bitte. Das wär schön. Nein. Das wär nicht so cool eigentlich. Ne, kommst du nicht durch. Oh, hoppla. Jetzt hab ich Angst. Da wollte ich hin. Da wollte ich hin. Oh, ne Zuckerstange. Was machst du da? Wie geil ist der denn weg? Scheiße, ey.